Der EcoTalos gehört zur Produktreihe stilvoller Energiesparventilatoren aus dem Hause CasaFan. Der moderne und innovative Belüfter überzeugt mit futuristischem Flügeldesign und moderner Technik. So verfügt der Deckenlüfter über einen sechsstufigen Gleichstrommotor, dessen Geschwindigkeitsstufen über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden können. Ebenso der praktische Laufrichtungswechsel und der Schlaftimer. Die robusten Kunststoffflügel im modernen Design sorgen mit 135 cm Flügeldurchmesser für ausreichend Luftleistung. Werkseitig wird der EcoTalos mit einer unteren Gehäuseabdeckung in der Farbe des Ventilators ausgeliefert. Auf Wunsch kann aber auch eine harmonisch eingepasste LED-Deckenleuchte nachgerüstet werden. Deren Farbtemperatur von 3000, 4000 und 5000 Kelvin lässt sich, ebenso wie die Dimmfunktion über die mitgelieferte Funkfernbedienung steuern. In der Gehäusefarbe gebürstetes Chrom erhältlich bietet der EcoTalos modernes Design, innovative Technik und zeitgemäße Raumbelüftung in einem Gerät.